Hallihallo, habe die Ehrennetze, willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Among the Sleep. Jetzt, okay, meine Gamepad wollte nicht so gut. Geht hier weiter in diese Horror-Gedöns-Geschichte. Guck mich immer noch, warum ich das eigentlich mache? Also mal ein bisschen leiser Draht, damit es auch für mich erträglich ist, aber das ist... So? Okay, raus, raus. Und? Ich brauche heute hin. Alter! Alter, Verwalter, was bist du? Wo? Du Füße! Willst du mich verarschen? Äh... Ich... Ich... Hallo? Oha! Oha! Kommt was? Äh... Warum war das abzusehen, dass da was kommt? Baum! Ein Baumling ist in den Herr der Ringe! Haha, das ist die Krux! Wollen wir uns mal helfen? Wollen wir uns mal helfen? Ganz bestimmt! Der... Wer wacht über uns? So, wir gehen jetzt da raus. Ja, ja! Oha! Klar! Ja! Pilz, bisschen psychodelik. Dann klickt's da ran. Ja, da kommen wir nicht hoch. Teddy? Teddy, kann mir keiner was. Teddy umarmt. Dann fährt ihr die nicht mehr umarmt. Da werden wir uns nächste Puzzleteil... Oha! Richtig! Nächste Puzzleteil. Okay, da vorne geht's weiter. Dreieck. Ein bisschen leer. Ich hab den noch ausgewählt. Ah, hallo. Hallo. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Der ist nicht aufgehört. Es wird nicht aufgehört. Ich geh mal da rein, ne? Einfach so, ähm, ne? Einfach nur mal so, um, ähm, mich überhaupt nicht zu verstecken und da brauch ich einen Viergegenschlüssel. So. Baum. Kerze. Bild. Oder willst du mich verarschen? Hallo? Komm her in Frieden, ich will nur einen Schlüssel holen. Bin ich schon wieder weg, mein Freund? War wahrscheinlich viel später, oder? Hab ja den nicht. Auf dir. Hat jemand an die Tür geklopft, oder? Ja. Jetzt der Schlüssel. Warum klopft hier jemand? Bis lauf in Harmony. Handy. Hau nicht hinsehen. Wenn wir ihn nicht sehen, sieht er uns nicht. Ganz einfache Logik. Logik eines Zweijährigen. was ist der arm ist weg und bäumling nix von dir du willst nichts von mir abkürzung ich frage es nur wenn ich mit den irgendwie wer in irgendeiner art und weise in kontakt verstecken so verstecken ist doch mal gar nicht so blöd also verstecken nicht in sichtweite sein auch meine kiste jetzt auch unter den sofa zu schlüpfen come on up to shit und 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 Ah, keiner mit. Keiner da. ich umsehen nicht zurück schauen und hast du jetzt hier gemacht geht so geht so gehe einfach zu die einfach zu bäume können nicht durch fenster gehen bäume können nicht durch fenster gehen nein nein aber wir können gar nicht gehen jetzt fehlt uns keiner mehr das ist der hauptgang oder das ist der hauptgang Dein Ernst? Labyrinth, da muss ich jetzt irgendwie den Bäumen ausweichen, oder? Wo ist der Scheißhaufen? Eindeutig zu nah. Dann läufst du, weg von mir. Und damit macht das fertig. Oh Mann ey, was ist das für eine Scheiße? Ja bitte! Boah! Okay. Ginsehaut ist da. So, wo ist der Baum? Lückerbleiben. Da hinten ist er. Habt ihr dich gesehen? Ja... Da hinten ist ja... Da hinten ist ja. Und einfach war es, wenn... Ja nicht! W heißt das? Wenn es richtig ist, ist das nicht, was ich will. Ja! Jetzt. Ich muss ja irgendwie Open Field rennen. Das finde ich jetzt gar nicht so ganz geil. Hier geht es wohl nicht weiter, oder? Da, Forest! Lauf, lauf, lauf! Oh! Oh! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Come! The next memory. Es ist dein Buch. Oh, komm mal, ich bin froh, sagte der Rabbit. Der Rabbit schreit und schreit. Sie schreit so viel, dass ihr Tears schreit den Boden auf dem Well. Ich gehe hier nichts mit, so ein Schlüssel-Ding wieder. Erinnerungs-Fitzel. Regando! Sie sahen so schade und schreit. Hey, es wird so schön, wenn wir mit dem Alltag sind. Und wir können zusammen spielen, immer wieder. Die letzte, oder? Oh, sie muss nicht so schrecklich über dich. Und wir wollen sie weitermachen. Ich bin jetzt hier die ganze Welt. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier zu weitermachen. Ich bin jetzt hier die Schmerzen nicht mehr. Ich bin jetzt hier die Hörger, Leute, die Hörger sind nicht möglich. mir wohl durch den schrank frei machen warum ist hier was zum verstecken kann man nicht aufmachen ich weiß jetzt nicht ob ich drunter möchte da halt jetzt bitte auch da hoch ok Hähnchen zählen. Was mit schlafen? Der geht nicht komplett zurück, also können wir hier drauf. Asche. Decker. Da muss ja alles einen Sinn haben. Das ist deswegen... Alles cool. Einfach weitergehen. Füllt mit dem. Na ja, immer zum flackernden Licht. Perfekt in der Horror... Die hilft mir. Locker bleiben, locker bleiben. Hilf doch atmen. Hilf doch atmen. Eine Angel. Willst du sonst so sein? Lukef müssen. Willst du males lighten? Das ist irgendwas in der Mitte. Das ist das. Das ist die Schafe. Und das ist die Schafe. geht noch nicht durch und ist wohl der weg hier lang da hat sie mich sehen können blabberspuren ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts ein Bild ist hier hier ist nichts, es ist nur ein Schrank nur ein Schrank ein Schrank, der dreckiges Gegerschrank nicht mehr hoch oder war super also mit neuen Bodys Schlafanzügen jetzt erst mit linker ich darf es jetzt einmal nehmen, wenn es sich nicht stirbt, Bäumling starte den jetzt halt mal ne so ich werde ja nicht weiter jetzt so liebe Leute, wir machen hier einen Break ja, sehen wir mal was anderes eben Horror schon lange nicht mehr gespielt wieder Zeit schon mal wieder ein bisschen die Nerven auf Vordermann zu kriegen ja machen wir den Cut und machen dann im nächsten Video hier weiter ich hoffe es sagt euch sehen wir mal was anderes von diesem kann man hier nächstes Mal later bin ich auch dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen habe die Ehre wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal